Hey Leute, ich bin auf dem Weg zu einem I.O. Außenposten, denn dort sollen wir Truhen und Munitionskisten durchsuchen. Drei an der Zahl, ich habe mir hier schon einen Ort markiert und fliege da jetzt mal hin. Mal schauen, ob das auch so leicht funktioniert, wie sich das anhört. Das eben mit der Hoch-Hinaushilfe fand ich schon ganz schön tricky, ehrlich gesagt. Das hat sich viel leichter gelesen, als es tatsächlich war. Aber jetzt sind wir hier, um die Munitionskisten zu durchsuchen. Mit etwas Glück finden wir jetzt auch einen Turm, den ich euch dann natürlich auch nochmal markiere, wo wir gleich alles auf einmal finden. Also ich hätte jetzt wenig Lust, irgendwie 1000 Türme zu durchsuchen. Da unten sehe ich schon eine Kiste. Wenn ich der Einzige bin, der hier landet, dann ist das ja chillig, weil dann kann ich ja von unten nach oben farmen. Hier sehe ich schon auch eine Kiste oben drauf. Die nehmen wir nochmal mit. Vielleicht zählt die ja auch. Gucken wir mal ganz kurz. Ah, okay, die zählt auch. Das ist ja eigentlich hier so eine Supply-Kiste. Die funktioniert trotzdem. Dann nehmen wir die hier noch mit. Gucken wir da mal rein. Die hat natürlich auch funktioniert. Ist klar. Jetzt geht es hier runter. Tschak, tschak. Komm. Attacke, Attacke. Gucken wir mal hier. Hier ist ja einiges drin. Vielleicht finden wir hier was. Perfekt. Hier ist noch eine Munitionskiste. Die nehmen wir auch nochmal mit. Perfekt. Und dann haben wir eben schon im Anflug gesehen. Die brauchen wir jetzt gar nicht. Aber hier hätten wir halt noch eine Kiste. Also drei, vier Kisten. Ist gar kein Problem. Loot auch übrigens, by the way, gar nicht so schlecht. Kann man mal mitnehmen. Aber hier finden wir alles. Also ganz entspannt. Vier Kisten gefunden. Den Ort kann ich euch markieren. Und dann auch eben empfehlen. Ich mache es mal hier. Zack, zack, zack. Das war es einfach. Landen. Und dann geht die Action los. Also das war es. Weiterhin viel Spaß. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.